Am SGS-Standort Berlin untersuchen wir Lebensmittel, Futtermittel und Nahrungsergänzungsmittel mit Hilfe von modernster Analysenmethoden. Wir prüfen die Sicherheit und Rechtskonformität der Produkte unserer Kunden. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams engagierte MitarbeiterInnen. Die SGS ist ein guter Arbeitgeber, da sie Berufseinstellern die Möglichkeit gibt, viele Erfahrungen zu sammeln. Wir haben hier unterschiedliche Bereiche, die fettlöslichen Vitaminen, wasserlöslichen Vitaminen, LCMS und Mikrobiologieabteilung. Und hier habe ich eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und sehr gute und nette Kollegen. Ich finde, bei SGS kann man sich sehr gut weiterentwickeln. Man kann bei SGS quasi alles werden. Selbst wenn man einst laborant anfängt, kann man später eine Gruppenleitung übernehmen. Und das finde ich sehr gut. Und dass man sich auch immer wieder weiterbilden kann. Der Standort hier in Berlin ist natürlich sehr vorteilhaft, da man schnell mit der S-Bahn oder der U-Bahn rankommen kann. Wenn dein Interesse jetzt geweckt ist, bei einem marktführenden und innovativen Unternehmen teilzuhaben, dann bewirb dich jetzt bei der SGS Berlin.